Hallo, den Spieltag findet ihr in voller Länge heute um 15 Uhr auf dem Uncut-Kanal, also abonniert diesen auch. Gott liebt euch. Nautilus-Flash. Vielleicht dass ich Pee gucken, aber kommt mir noch zu spät an. Heal, Jinx. Nautilus. Oh, ich hab den TP gecancelt. Kein Flash. Nautilus kein Flash, Nautilus kein Flash. Hast du Bock? Ja, das ist nice. Go, go, go. Jinx. Okay. Die Jinx hat kein Heal. Ich seh nix, ich seh nix. Ja. Ah, ist fein. Die können so eine Wave nehmen in den Top gehen oder so, ich weiß nicht. Die müssen basen. Wollt ihr fighten das, no? Klar. Wenn ihr mich frisst. Ich hab keinen Fressen. Jetzt da. What? Ich kill sie. Okay. Nice. Hater würden sagen, ich hab grad eben den Minion gefressen. Ey, aber... Hast du den? Hater würden aber auch Recht haben, also. 3 Sekunden auf Zunge, nimmst du ihn? Ich kann, ja. Oh, die TP gecancelt. Kann auch die Pee? Ich hab fressen, ich hab fressen. Ja, kein Nulls. Ihr könnt einfach rausgehen. Okay. Front-to-Bank, wenn ihr wollt. Ey, ja, ich hab vorhin den Minion gefressen. Ich dachte nicht. Mach das nicht, bitte. Aber lass den Fight hier mitnehmen, wenn die reinkommen. Okay, lass den Fight hier nehmen. Hm, ich bin in Position. Wir haben keinen Flashes. Seraphine Ult raus. Das war... Ist gut, ist gut, ist gut. Front-to-Bank. Guter Fight. Graves, nice. Ich hab noch... Ich flash rein. Seraphine Qt, Seraphine Qt. Seraphine kein Flash. Ja, ist fein. Nice. Mit turret, mit turret. Mit turret, mit turret. Sehr guter Fight. Bleib, bleib mit dir. Ich bin top für die Farm. Ja. Ich mach A. Ich mach A. Schocke. Ja, wir kriegen hier turret. Turret Damage und poke. Nicht aber Fausten. Nicht aber Fausten. Wir wollen nicht mit dafür verleihen. Nice. Sehr geil. Wir are Kings. Ich bin... Das Essen ist immer noch hinten, ne? Also Vorsicht. Ey, wenn du jetzt... Ich komm, ich komm. Die Jinx ist noch nicht da. Die ist nicht da. Aber wir können, wir können. Ja. Warum um alles in der Welt guckt sich, dass hier jemanden freiwillig an? Vorsicht. Rettet Senna. Senna muss leben. Die Jinx hinter uns? Ich bin zu laut. Ich hab 5 Sekunden auf Ult. Bis dahin bin ich erstmal raus, leider. Drake ist wichtig. Oh, ich bin auf. Ihr müsst dafür jetzt die Oberfausten, ist fein. Ihr könnt auf 10 Sekunden warten, da tippe ich rein, okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ja, das machen wir. Dauert 10 Sekunden, dann brücke ich auch gleich Ult. Der kann euch gegen ihn. Turret mittend. Du gehst mit Q einfach? Kann ich nicht. Cooler. Ich hab jetzt Q ab. 16 Sekunden auf meine Doppel. Ich debitter nicht. Wir fighten das. 16 Sekunden auf meine Doppel. Hat die Jinx noch Rocket? Nein, keine Ult. Ornn hat auch Flash. 14 down, ne? Gehen wir für den Drake. Guck doch, Seraphine ein wenig. Können wir für Drake noch nehmen, maybe? Schnell, fast. Ja, Drake ist hier free, no? Nice. Smash up. Und ich geh auf Drake. Okay. Aber bitte mal, nächstes Mal. Wir müssen durch Mitte durchlaufen, okay? Nicht hier. Das ist so awkward. Wie gesagt, die Carries haben keinen Flash. Seraphine. Wir gehen hier auf Kills. Wir wollen nicht Nash haben. Wir wollen Kills haben, okay? Wenn die kommen, fighten wir. Guck doch, was ist hier. TP Ornn, Mitte. Wir sollten hier fighten. Hier fighten die fighten. Nervs, keinste. Top Rouse, Top Rouse, Top Rouse. Der Ollen kommt mit der Guilty hier. Der Ollen kommt mit der Guilty hier. Den killt den, killt den, killt den. Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Jinx, kein Flash. Guck ein bisschen auf Jinx auf der Seite. Nice. Front to back, front to back. In Zeit, wir haben Zeit. Jinx an der Seite, die hat keinen Flash. Jinx zoned. Bin sehr low. Haben wir noch W? Ja, ja, ich hab noch W. Ja. Ich kann Wecon tippen, wenn die weitermachen. Ja, ich denke, wir gehen erstmal raus hier. Okay, ich kann Wecon uns so mit und tippen, by the way. Nein, ist nicht bad. Für Drake, für Drake. Für Drake. Wir haben die ULs von denen bekommen und die ULs von denen haben wir cool. Darauf können wir wahrscheinlich nicht spielen. Die bad bei Crabble? Gucken wir den? Mitte? Ja, ja. Wir kommen, wir kommen. DTPen bei uns. Ah, ich hab getrolled. Wir müssen mit langsam spielen. Viel back, wir weg. Wir können jetzt aufstürzen. Können die Nash forcen. Yes. Oh mein Gott. Ah, ich hab getrolled. Aber wir müssen... Nein, ist rein. Ja, nevermind, ist rein. Wir werden vielleicht durch Nash gehen. Wenn nicht, ist gut für uns. Jinx hat gleich wieder Flash in zwei Sekunden, okay? Okay. Wir haben ja geflasht. Ah, das ist das Game, oder? Nein, nein. Nein, nicht mehr Nash machen. Okay. So, mal kurz hier. Und ein Jinx? Wollen wir nicht nach da unten gehen? Hm. Ich hab genug Damage, I guess. Na, hat sie das? Wir sollten da raus nach dem K-Vendor, wenn ihr könntet. Raus, ne? Jetzt musst du mir vorsicht. Raus zu gehen, ist gut, ja. Nice. Das ist guter Catch. In the late Nash. Mein Vorsicht gar nicht. Vom Anker hochzäglich. Ja, ja. Eine Versorte mit er sei am besten ich. Ihr seid Botnain fein, oder? Zu viert? Ich denke, ja. Botnain Siege ist leichter zu mitnehmen. Schwerfondern für die. Ja, ja. Wenn die Engage kannst, du auch das Engage mit mit deiner Old. Pass auf, nicht so weit vor dem Spiel. Poke einfach nur mitnehmen, okay? Er poke einfach eine Botnain. Ich hab mit Zero Old dann. Okay, jetzt wollen sie eh nicht mehr fallen. Kein Double Double. Ja, jetzt spielen wir wieder mit Bush und dann alle Botnain mit. Ich glaube, die werden auf mich reagieren und wir können einfach Botnain oder... Ich hab ein Zehn wie der Süd. Ich mach einfach Tom for free mitnehmen. Keiner Star. Wir müssen nichts machen, Botnain, okay? Ja. Hat Zero clean Flash? Graves kann mitgehen, ja? Ja. Graves ist miss... Ja, jetzt reagieren sie. Können sie ja aus den Pressern wahrscheinlich. Jetzt nehmen wir Botnain, Mike. Ja, wir können wieder mitnehmen, okay? Drei Leute sind hier. Serafine. Graves, Graves und Frank. Wegen der Wand, wegen der Wand. Du solltest rausgehen, bis ich mit deinem Pro hab. Ja. Und der Pressure. Ist das dein Fein oder...? Flash Graves, Flash Graves, Flash Graves. Ich glaube wir sind Fein. Ich hab noch Essen. Raus da, raus da. Was? Ich muss TP'n, ja? Einfach raus, der Fall ist over. Okay, Flash Graves, Nautilus, Flash Gold. Seid ihr alle fein? I think so, ja. Wardet mal hier hinten am besten, damit wir sieben. Ich hab keinen Wadda. Was ist mit der Top Wave? Die Wadda? Die Wadda? Hälfte, Hälfte. 7k, ich kann mit der TP'n. Haben wir einen Wad? Irgendwo zum TP'n. Können probieren, wir können 50 zu spielen, ne? Ich bin auch gleich da, wir können den Fight auch nehmen. Ich mach meine Combo auf 2k, ja. Okay, den Fight ist fertig, ja. Okay, den Fight ist fertig, ja. Komm, wir sind auf Nautilus. Kann nicht slow. Könnt ihr mich helfen? Nein? Ich wär drunter gerannt von den Carries. Ja, wir haben uns entschieden, für den Fight zu spielen oder für den Steal. Aber wir sind auch so ein bisschen outscaled, ja. Ja, ja. Schon. Ich hab nicht gefarmt. Ist der 101 jetzt down. Wow, GG. GG. Schade, ja. Schade, ja. Wenn alle Mid-Game-Catch danach haben, wie Toe baut, okay. Haben wir nicht wirklich... Entsame, wir hätten sie nicht besser machen können. Aber es ist mal besser, denke ich. Aber für eine Eko-Runde war das okay, ja. Ja, guten Eko. Nein, ich war so, ich wusste das ganze Game. Ich kann unsere Ultras reinwerfen, Valkyrie kann mit Ludo spielen und dann einfach... Jopp, Jopp. Ja, nee, wir. F. Können wir rufen hier? Ja, ja. What? Wir fighten die. Ich kann auch der JTP'n, wenn die weiter fighten. Wir push-dive, push-dive, push-dive. Ja, ja. Da kam keine Samms. Bleib dahinten, ja. Valkyrie. Wieso hast du nicht flash-out attack? Bitte? Wieso hast du nicht flash-out attack? Wieso hast du nicht flash-out attack? War echt nicht gereicht? War echt nicht gereicht? War echt nicht gereicht? Für Tadler könnte es auch noch T.P. ausreisen. Die haben noch Exhaust-up, doch. Die T.P. in Bob-Den. Die gehen raus. Ja, das kommt der anpassen. Das ist super gut für uns. Gels ist top seitdem ab wie vor. Gels ist top seitdem. Gels ist nicht da. Gels ist nicht da. Gels ist nicht da. Gels ist da fein. Okay, jetzt geh ich mit da, wenn wir das gewischt. Ich hab noch für paar Sekunden Zeit zu tippen. Ja, wollen wir, die ist slow. Ah, ja. Ich base and get top down. Die hat kein Flash, die hat kein Flash. Hast du die oder soll ich flashen? Nein, die ist der, die ist der, die ist der, die ist der. Der hat noch Flash, aber go. Slow? Wir können seinen Flash vielleicht tausen. Nice. Gibt mehr, gibt mehr, gibt mehr. Kann er noch rausflaschen? Danke. Was war zum Tod? Scheiße. Junge, der Turt war so hart aufgeladen. Der hat mich in zwei Hits gekillt. Kann ich mal auf Botnet gucken? Tradek sind aufzunehmen doch. Ja, ja, ich komme. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Wir sind bei weitem nicht tipp genug. Auf Karma, auf Karma, die ist schon Team. Tradek kann das matchen, ne? Ja, Tradek kann das matchen, ne? Versuch Karma zu fokussieren. Graves ist nicht auf, Graves sind zwei mit, zwei mit, zwei mit. Dann macht Karma. Nice. Good job. Haben wir Herald? Nein, habt ihr mit lan. Der hat auch kein Flash, der Grace hat noch Flash. Ich komme auch. Naja, ich habe jetzt Valkyrie hier. Die gehen jetzt auf mich? Ja. Ich habe noch Ulti, ja auch. Geht auf die Karma, geht auf die Karma. Die hat kein Flash. Auf jeden, auf jeden. Äh, Oriana kann top gehen. Nein, Orihsmeet, Orihsmeet, okay. Du bist rein, ja. Haben wir noch Wards? Wir sind Splitten, ne? Sonst brauche ich einfach rein. Ich glaube, wir haben so. Ja, ja, go fight, if you want. Also, jetzt hat einfach Herald spawned. Krieg hast du Ultimate bedenken, ne? Naja. Also, ich glaube auch, dass wir einfach reingehen sollten. Ja, das war. Stärkölz die. Wir sollten werden dann Herald durchschrauben lassen, aber nicht in der Lage. Ja. 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 Der Trundl hat keinen Flash. Killt den Trundl, der hat keinen Flash. Aber wir warten für so lange. Ja, ich glaube auch, wir können einfach go machen. Ja, ich glaube auch, wir können einfach go machen. Sind Sao, Lulu, Ornn oder so? Ja, aber wir können die zu uns kommen lassen, statt in der Mitte der Lane zu fighten. Ja, aber die kommen nicht. Ja. Ja. Das war ja. Wir können wenigstens falsch spielen. Ah, das ist wieder super ärgerlich jetzt. Ja. Das ist sehr ärgerlich. So. Nice. Rihanna. Nice. 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 Wir müssen das Ding. Gefallen? Gefallen? Gefallen. 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 Nice. Nice. Schön. Komm, auch kein Flash. Vorsicht. Äh, Karma kein Flash mehr nicht. Ich bin... 222. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Hinten wir zusammen in der Mitte? Oder soll ich... Naja, lass uns doch mal hinten in der Mitte. Stimmt. Vor die Defender gehen wir dann nicht. Ah, da kommt TP. Das ist die Orianna. Kannst es rausgehen. Dann ist es fein. Super nice. Cool, cool. Maybe hier kommt mal? Ja, ich komme. Mover. Ich bin leider blind, aber ich ulter einfach mal so for fun. Hinten, oh. Hinter uns, TP. Hinter uns, TP. Blöcke. Ich hab ne Holte. Ah, ich hole ihn auf die früher. Uff. Das ist glaube ich nech. Ah, ich dachte ich bin auch noch dead, oder? Maybe aber... Vielleicht slow ihn? Oh, gut schild. Das ist der Shockwave, ne? Hm, wir sind ein bisschen miskoordiniert. Aber ist fein. Wir können es immer noch spielen. Denn jetzt ist doch nicht nur sofort Nash-Rushing. Brücke es gleich ab. Ah, die werden sofort Nash-Rushing-Naggets. Das ist bestimmt. Maybe. Wenn irgendein Recon interrupted wird. Das ist not bad. Jojo. 5 Sekunden, mein TP. Wir haben keinen Smite. Der Trundle ist so low. TP top lane, wenn du es leider beschwingen kannst. Nice. Ja, ja. Chasen, 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 chasen. Ist gut. Keine ult, aber wir können chasen. Ich bin auch gleich da. Ja, Nash-Rushing-Name ist gut. Ah, ist zu schnell. Wir haben keinen Demodisch hier. Ah, wir pushen Nash langsam. Hallo, Rihanna. Flash? Ja, es sollte wieder. Sonst sollten wir resetten. Wir können nicht forsen. Ah, alright. Ich bin stuck, guys. Ah, helft Brücke, helft Brücke. Ah, ich komme nicht hin. Ich hatte schon... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, wir können nicht die Nash-Rushing-Name pushen. Unten pushen wir zwei auf dem In-Himp. Ich komme. Ja, hoff mal. Du musst flaschen. Nein, wir starten einfach ein. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ob wir jetzt... Wenn ich doch unten zwei alleine auf dem In-Himp. Und so, warum bin ich denn dann alleine? I don't know. Ah, whatever. Ah, schade. Wir spielen wie riesen Pussys, so. Also wir machen halt gar nichts, so. Das ist einfach... Wir geben den das Game. Wir haben nicht mehr engaged und wir werden trotzdem irgendwie durch eine scheiß Shockwave engaged. Oder so. Wir gehen irgendwie spazieren vor dem Tempo. Das ist fucking bad. Bist du? Ja, sorry. Tut mir leid. Es ist alles gut. Nein, es ist gut. Ich bin nur tilted. Also... Ich bin aber tilted, so. Das Game ist halt... Das... 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 Ne. Ich hasse... Ich mag's doch nicht verlieren. Ach so. Ich hätte einfach eine Gate besonnen. Ich hab nicht ein Gate. Ich hab nicht ein Gate. Das ist mein Fehler. Ja, ich mein, wir sind halt Cancer Bats, so. Ich glaub nicht, wir uns über Nuancen unterhalten müssen, wie... Da ist ein Canyon Minion. Ah, Leute. Du spielst mir das Season 2 mit Lene. Ja. Ist okay. Ey. Hast gut 4 Game 5 gespielt. Na gut. Ey. Dank fürs Aushelfen, ne? Ja. Vielen Dank, dass ich ihm auch mal mitmachen durfte. Ja. Hat trotzdem Spaß. War nice, dass ihr dabei wart. Ciao. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Oh, ihr seid noch da. Das war aber ein leckeres Video, oder? Ähm, ich will euch ein Abonnement vorschlagen und... Lass doch einfach mal auch die Glocke erläuten, wenn ihr es mir Hunger habt. Bon Appetit.